Guten Tag, wisst ihr wie man mit einer Erdbeer den Trick? Dann muss man das machen, weil man das so, ja, das ist das Richtige und dann muss man genau auf die Mitte und dann das machen und dann das. Wenn ihr so mehr wollt von den Videos, dann schreibt einfach bei den Kommentaren und ja, machen wir weiter. Dann das hier. Dann das hier. Dann das hier in der Reihe. Dann muss man das so, das so, das so, das so. Ja, da ist ja schon kaputt. Ja, da ist, da weg. Dann. 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 Ich blutze. Guck mal. Ey. Dann sag mal tschüss. So sieht's aus im drin. Zeug. Nicht so nah. So. Das Loch kann man nicht sehen. Da, ich sehe dich. Die Augen. So. Lecker. Ja. Und du essen. So. So tschüss. Tschüss. Ich war's für das Video und dann schreib mal ja. Bis zum nächsten Mal. Huheh. Schrauhe. Jeff.